Dann kam der Moment, in dem mir Penz leise und unauffällig auf die Schulter klopfte. »Für dich ist hier Schluss«, flüsterte er und deutete auf die Tür. »Es wäre gut, wenn du jetzt gehst. Den Rest mache ich.« Ich setzte mich also in meinen Wagen und brauste mit einem guten Gefühl in die Nacht. Ich hatte alles in die Waagschale geworfen und wusste, Silvio war bei Penz in guten Händen. Vor allem wusste ich aber, dass ich in dem Teil des Spiels, der dann folgte, keine Hilfe hätte sein können. Wie viel Whisky in jener Nacht getrunken worden ist und wie viele Zigarren geraucht worden sind, bleibt das Geheimnis der drei. Fakt ist, dass Penz mich am nächsten Morgen mit belegter Stimme anrief. »Alles klar, Bob«, sagte er mir, »Sylvio kommt, mach die Verträge fertig.« Als der Deal in trockenen Tüchern war, da wusste ich, das ist es. Das war das Ausrufezeichen, das wir brauchten. Das ist die Nachricht, die in die Handballwelt ausstrahlt. Heine Vetter würde den sportlichen Erfolg wahrscheinlicher und uns als Berliner Profiklub noch ein bisschen aufregender machen. Wir waren damals nicht sonderlich reich, aber nun ziemlich sexy. Silvio war nach seinem Wechsel im Jahre 2009 der erste richtige Star, den wir in Berlin hatten. Und ich war entsprechend stolz. Die Leute konnten es nicht fassen, dass sich der deutsche Nationaltorhüter für uns entschieden hatte, denn er war in seiner Karriere ehrlicherweise schon einen Schritt weiter, als wir es als Klub waren. Die Halle füllte sich durch unseren Transfer-Coup nicht gleich automatisch, aber wir befanden uns auf dem richtigen Weg. Heine Vetter war auf Anhieb unser Leuchtturm, der über viele Jahre auch sportlich bestens funktionieren sollte. Schon im zweiten Jahr mit ihm qualifizierten wir uns für die Champions League. Später gewannen wir den DHB-Pokal, holten zweimal den Europacup und wurden zweimal Vereinsweltmeister. Zudem brachte Silvio den Zirkus in die Stadt und erst recht bei uns in den Fuchsbaum. Selbst wenn es sportlich um nichts ging, gab es bei ihm immer was zu gucken. Ich liebte es, wenn er die Leute mit waghalsigen Paraden von den Sätzen riss oder mit gezielten Provokationen die Stimmung anheizte. Dass er Gegenspielern schon mal mit erhobenem Zeigefinger bis zur Mittellinie hinterher lief, gehörte ebenso zur Show wie die hitzigen Wortgefechte, die er sich regelmäßig mit den Schiedsrichtern lieferte. Das ging manchmal so weit, dass an Tagen nach den Spielen gelegentlich sogar der Schiedsrichter-Chef bei mir anrief und sich beschwerte, nach dem Motto, fang doch mal deinen Torwart ein. Dann bestraft ihn doch, erwiderte ich dann nur und grinste heimlich in mich hinein. Warum soll ich ihn bestrafen für etwas, das ihr auf dem Spielfeld nicht ahndet? Wir ließen Silvio so sein, wie er ist. Natürlich nahm er sich mit seinen Sperenzchen auch mal selbst aus dem Spiel. Er brauchte das aber, um sich zu pushen und seine Leistungen abzurufen. Je heftiger ihn die Gegenspieler oder gegnerischen Zuschauer attackierten, desto besser hielt er. Auch über den Sport hinaus machten wir durch Heinevetter plötzlich Schlagzeilen. Ich bin zwar überhaupt kein Fan der oberflächlichen Glitzerwelt der Stars und Sternchen, doch wenn der Boulevard mal wieder Details von Silvius' Beziehung zu Schauspielerin Simone Tomala veröffentlichte oder Promi-Blätter wie Bunte oder Gala über die Ausflüge des Füchse-Stars auf die roten Teppiche der Stadt berichteten, huschte mir ein Lächeln über das Gesicht. – Untertitelung des ZDF, 2020